In diesem Video möchte ich euch die Bibliografie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft, kurz BDSL, vorstellen. Die BDSL hat den Anspruch, zeitnah und umfassend germanistische Publikationen zu erschließen und zu verzeichnen. Erstellt wird die BDSL von der Universitätsbibliothek Frankfurt am Main. Die Online-Version der Bibliografie verzeichnete Ende 2023 ungefähr eine halbe Million Publikationen ab dem Erscheinungsjahr 1985, darunter Monografien, Dissertationen und Aufsätze, ganz egal ob gedruckt oder elektronisch publiziert. Geführt wird die Bibliografie bereits seit 1957, allerdings bis 1985 nur in gedruckter Form. Wer anhand der BDSL-Literatur vor 1985 auswerten möchte, der muss also ganz klassisch ans Bücherregal gehen. In wissenschaftlichen Kreisen ist die Bibliografie übrigens noch immer als Appelsheimer Köttelwelsch bekannt. Also wenn eure Lehrenden den Appelsheimer Köttelwelsch erwähnen, meinen sie die BDSL. Wenn ihr mehr über die Geschichte dieser Bibliografie erfahren möchtet, könnt ihr euch auf der Über-uns-Seite der BDSL informieren. Zwar findet man die BDSL sehr leicht über Suchmaschinen oder auch direkt über die URL www.bdsl-online.de. Zu beachten ist allerdings, dass nur die Jahrgänge 1985 bis 2012 frei zugänglich sind. Für eine umfassende Recherche müsst ihr also den Zugang über eure Bibliothek nutzen. Wenn ihr euch im Campusnetz befindet, habt ihr automatisch Zugang auf alle Jahrgänge, ganz egal wie ihr zu BDSL findet. Von zu Hause aus gibt es zwei Möglichkeiten. Auf der Startseite der Website der UB Gießen findet ihr den Link Datenbanken in Klammern DBIS. DBIS steht für Datenbank-Informationssystem. In DBIS könnt ihr euch über den Link Zugriff von außerhalb anmelden. Dazu nutzt ihr bitte eure G, S oder J-Kennung. Sobald ihr angemeldet seid, findet ihr die BDSL entweder über die Suche oder auf der Seite des Fachgebiets Germanistik. Dort ist übrigens auch die BLL, die Bibliography of Linguistic Literature, verzeichnet, auf die ich später noch eingehen werde. Und natürlich auch viele andere nützliche Datenbanken für Germanistinnen und Germanisten. Alternativ findet ihr die BDSL auch über unseren Katalog JustFind. Wenn ihr in den Suchergebnissen auf den Link zur Datenbank klickt, landet ihr wiederum auf der BDSL-Seite innerhalb von DBIS. Auf der Startseite der BDSL findet ihr das Suchfeld der einfachen Suche. Neben dem Suchfeld ist ein Auswahlfeld, in dem Freitext voreingestellt ist. Damit wird nach Werken gesucht, in deren bibliografischen Angaben der oder die Suchbegriffe in einer beliebigen Kategorie vorkommen. Bei mehreren Suchbegriffen erhält man nur diejenigen Treffer, in der alle Suchbegriffe vorkommen. Recherchetechnisch gesprochen handelt es sich also um eine logische UND-Verknüpfung. Beispiel. Bei der Eingabe von Thomas Mann Fontane findet ihr alle Publikationen, die in einer Kategorie alle drei Suchbegriffe enthält. Also nicht die Werke, die Theodor Fontane und Heinrich Mann, den Bruder von Thomas Mann behandeln. Die Suchbegriffe werden in der BDSL übrigens automatisch rechts trunkiert. Das heißt, ihr müsst keine Sternchen oder ähnliches eingeben, wenn ihr Singular- und Pluralformen berücksichtigen wollt. Um eine exakte Wortfolge zu finden, zum Beispiel bürgerliches Trauerspiel, muss die Wortfolge in Anführungszeichen gesetzt werden, um eine sogenannte Phrasensuche auszulösen. Wie ihr eure Suchbegriffe so und anders optimieren könnt, erklären wir übrigens ausführlich in unserem Video 5b Suchtechniken Suchbegriffe finden. Nach dem Absenden einer Suche landet ihr in der Trefferanzeige. Ganz oben wird angezeigt, wie viele Treffer die Suche insgesamt erzielt hat. Pro Seite werden zehn Treffer dargestellt. Die Art der Publikation wird durch kleine Symbole wiedergegeben. Was sich hinter den Symbolen verbirgt, erfährt man, wenn man mit der Maus auf das Symbol geht und kurz wartet. Hier sehen wir zum Beispiel eine Monografie, einen Aufsatz in einer Zeitschrift und einen Aufsatz in einem Sammelband. Klickt man die einzelnen Treffer an, landet man in der Detailansicht zu der Publikation, in der neben den detaillierten bibliografischen Angaben auch die Einordnung in die Klassifikation sowie Schlagwörter zu sehen sind. Diese Detailansicht wird in der BDSL auch als Titelaufnahme bezeichnet. Klassifikationen teilen Bücher und Publikationen in Hauptkategorien ein, die basierend auf ihrem Inhalt in weitere Unterthemen aufgegliedert werden, um so eine systematische Anordnung und eine leichte Auffindbarkeit zu erreichen. Wenn ich einen der Einträge in der Klassifikation anklicke, erhalte ich eine Liste aller Publikationen, die in dem zuletzt genannten Unterthema eingeordnet worden sind. Also in diesem Fall alles zum Drama der Goethe-Zeit. Schlagwörter funktionieren wie Tags. Hier gibt es keine Haupt- und Unterkategorien wie in der Klassifikation, sondern nur einen Begriff, der einer Publikation zugeordnet wurde. In der Titelaufnahme findet sich auch die sogenannte EZB-Ampel. EZB steht für elektronische Zeitschriftenbibliothek. Die Ampel zeigt euch an, ob ein Zeitschriftenaufsatz in eurer Bibliothek verfügbar ist. Rot bedeutet nicht verfügbar, gelb bedeutet, dass der Titel von der Bibliothek lizenziert wurde und verfügbar ist. Und grün bedeutet, dass der Aufsatz frei im Netz zugänglich ist, also auch ohne Zugang über eure Bibliothek. Bitte beachtet, dass die Ampel nur Auskunft über die Verfügbarkeit in elektronischer Form gibt. Um auch gedruckte Bestände abzufragen, gibt es den Verfügbarkeitsbutton neben der Ampel. Nach dem Klick darauf werden in einem neuen Fenster nicht nur die Verfügbarkeitsinformationen zum elektronischen Volltext, sondern auch zu gedruckten Ausgaben angezeigt. Wenn das Buch oder die Zeitschrift vor Ort verfügbar ist, gelangt man mit einem Klick auf den Doppelfeil direkt in den lokalen Katalog, also im Fall der UB Gießen, direkt in JustFind. Wenn ein Buch laut der Verfügbarkeitsanzeige in der BDSL vor Ort nicht verfügbar ist, empfehle ich eine zusätzliche Recherche in JustFind, zum Beispiel über ein Titelstichwort und den Autornamen, um wirklich sicher zu sein. Es gibt gerade im Bereich gedruckter Publikationen hin und wieder Fälle, in denen die Verfügbarkeitsanzeige nicht funktioniert. Sollte ein Buch nicht im Bestand sein und ihr es benötigen, könnt ihr gerne einen Anschaffungsvorschlag an uns richten oder auch das Buch per Fernleihe bestellen. Die Suche auf der Startseite der BDSL bietet nicht nur die Freitextsuche über alle bibliografischen Angaben, sondern auch die gezielte Suche in bestimmten Kategorien, zum Beispiel Verfasser, Titel oder Schlagwort. Eine BDSL-Besonderheit und ein tolles Feature ist die passgenaue Suchanfrage zu deutschsprachigen Autoren oder zu Werken der deutschen Literatur. Das geht mit den Suchkategorien Behandelte Person bzw. Behandeltes Werk. Auf diese Weise könnt ihr zum Beispiel ganz gezielt nach Forschungsliteratur zu Schillers Maria Stewart suchen. Es ergeben sich 176 Treffer, darunter allerdings auch Publikationen, die sich mit dem Theaterstück Ulrike Maria Stewart von Elfriede Jelinek auseinandersetzen. Um diese Publikationen auszuschließen, also um noch gezielter zu suchen, bietet die erweiterte Suche eine Menge Optionen. Sie ist über den Menüpunkt Suche zu erreichen. In der erweiterten Suche können bis zu vier Suchanfragen über logische Verknüpfungen wie UND, ODER und NICHT miteinander kombiniert werden. Wer tiefer in die Suchtechniken mit logischen Verknüpfungen, den sogenannten Bohl'schen Operatoren, einsteigen möchte, dem sei unser Video 5c Begriffe kombinieren ans Herz gelegt. Weitere Funktionen der erweiterten Suche sind das Filtern nach Erscheinungsjahren und Dokumenttypen, die Steuerung der Sortierung und der Anzahl der pro Seite angezeigten Treffer sowie das Filtern nach den Kapiteln der Druckausgabe der BDSL. Das sind im Wesentlichen literarische Epochen. Zurück zu unserem Beispiel. Um die Suche nach Publikationen zu Maria Stewart auf das Drama von Schiller zu begrenzen, gebe ich in die erste Suchzeile als behandeltes Werk Maria Stewart ein. Und in die zweite Suchzeile, verknüpft mit dem Operator UND NICHT, als behandelte Person Elfriede Jelinek. Zusätzlich könnte ich noch nach Monografien filtern, die seit 2010 erschienen sind. Um die gefundenen Titel zu speichern oder in ein Literaturverwaltungsprogramm zu übernehmen, bietet die BDSL eine Exportfunktion. Zunächst wählt man einzelne oder alle gefundenen Titel aus oder man klickt direkt ganz oben auf den Link Alle speichern. Die Titel werden dann eine Auswahlliste hinzugefügt, die durch weitere Suchen ergänzt werden kann. Nach Abschluss der Recherche kann diese Auswahlliste als formatierter Text ausgegeben werden oder auch in den Datenformaten Dublin Core und RIS zur weiteren Verarbeitung in Literaturverwaltungsprogrammen. Ein weiteres nützliches Feature ist die Suchhistorie, in der ihr eure vergangenen Suchen einsehen und wieder aufrufen könnt. Neben der einfachen und erweiterten Suche gibt es in der BDSL auch die sehr nützliche Möglichkeit, die eben schon erwähnte Klassifikation zu durchstöbern. Dazu wählt man den Menüpunkt Inhalt, startet an einer der Hauptkategorien und klickt sich durch die Unterkategorien, bis eine Titelliste ausgegeben wird. In diesem Video habe ich die Funktion der BDSL nur im Schnelldurchlauf erläutert, die einfache und die erweiterte Suche, die Darstellung der Detailansicht, Verfügbarkeitsinformationen, die Auswahlliste, die Suchhistorie und auch die Exportfunktionen. Wer tiefer einsteigen möchte, der kann sich über die FAQs und die Hilfe weiter informieren. Und von der Hilfe gibt es übrigens auch eine sehr übersichtlich gestaltete Druckversion als PDF. Unter einer ähnlichen Benutzeroberfläche und mit vergleichbarem Funktionsumfang findet ihr eine wichtige Bibliographie für den Bereich der Sprachwissenschaften, die BLLDB. Das ist die Online-Version der Bibliography of Linguistic Literature, Bibliographie Linguistischer Literatur, kurz BLL. Sie ist eine zentrale Informationsquelle für die allgemeine Linguistik sowie für die anglistische, germanistische und romanistische Sprachwissenschaft. Auch sie wird von der Universitätsbibliothek Frankfurt am Main gepflegt und umfasst Stand 2023 ebenfalls etwas über eine halbe Million Titel. Zwar gibt es auch eine Druckfassung, aber anders als im Fall der BDSL werden in der Online-Version alle bisher aufgenommenen Publikationen verzeichnet. Die BLL gibt es seit 1971. Auch im Fall der BLLDB ist zu beachten, dass ihr nur dann Zugriff auf alle Jahrgänge habt, wenn ihr euch im Netz der JLU befindet oder euch über die Funktion Zugriff von außerhalb in DEBIS eingeloggt habt. Dort findet ihr die Bibliographie über den Suchbegriff BLL oder auch BLLDB. Genauso natürlich auch in JustFind. Auch in der BLLDB gibt es eine einfache und eine erweiterte Suche sowie die euch nun bekannten Funktionen aus der BDSL. Die Klassifikation sieht hier in der Linguistik naturgemäß ganz anders aus. Auch bietet die BLLDB einen speziellen Filter, um bestimmte Sprachen auszuwählen, in denen der Text verfasst ist. Die Klassifikation Die Klassifikation Die Klassifikation Die Klassifikation